Es war einmal eine Frau namens Anna. Anna kommt aus Amerika. Anna möchte nach Deutschland reisen. Warum? Anna liebt die deutsche Kultur und das Essen. Anna packt ihren Koffer. Sie legt Kleidung, Schuhe und einen Reiseführer hinein. Dann geht sie zum Flughafen. Am Flughafen trifft Anna einen freundlichen Mann. Der Mann heißt Klaus. Klaus arbeitet am Flughafen. Er hilft Anna. Anna sagt, Hallo, mein Name ist Anna. Ich reise nach Deutschland. Klaus sagt, Herzlich willkommen. Hier ist dein Ticket. Anna freut sich. Sie geht zum Flugzeug. Im Flugzeug schaut Anna aus dem Fenster. Sie sieht Wolken und Häuser. Nach einigen Stunden landet das Flugzeug in Deutschland. In Deutschland trifft Anna einen netten Taxifahrer. Der Taxifahrer heißt Michael. Michael bringt Anna zu ihrem Hotel. Anna erkundet die Stadt. Sie besucht das Brandenburger Tor und den Berliner Zoo. Anna mag die Tiere im Zoo. Eines Tages lernt Anna einen Mann namens Hans kennen. Hans ist Deutscher. Er spricht langsam, damit Anna ihn verstehen kann. Hans zeigt Anna die deutsche Sprache. Er sagt, Guten Tag und auf Wiedersehen. Anna übt die Wörter. Anna bleibt eine Woche in Deutschland. Sie isst Brezeln und trinkt viel Wasser. Anna findet Deutschland schön. Nach einer Woche sagt Anna, Auf Wiedersehen, Deutschland. Anna kehrt nach Hause zurück. Sie denkt an die Reise und die neuen Freunde in Deutschland. Das war die Geschichte von Anna und ihrer Reise nach Deutschland. Es war einmal eine Frau namens Anna. Anna kommt aus Amerika. Es war einmal eine Frau namens Anna. Anna kommt aus Amerika. Es war einmal eine Frau namens Anna. Anna kommt aus Amerika. Anna möchte nach Deutschland reisen. Warum? Anna liebt die deutsche Kultur und das Essen. Anna möchte nach Deutschland reisen. Warum? Anna liebt die deutsche Kultur und das Essen. Anna liebt die deutsche Kultur und das Essen. Anna packt ihren Koffer. Sie legt Kleidung, Schuhe und einen Reiseführer hinein. Dann geht sie zum Flughafen. Anna packt ihren Koffer. Sie legt Kleidung, Schuhe und einen Reiseführer hinein. Dann geht sie zum Flughafen. Anna packt ihren Koffer. Am Flughafen trifft Anna trifft Anna einen freundlichen Mann. Am Flughafen trifft Anna einen freundlichen Mann. Der Mann heißt Klaus. Klaus arbeitet am Flughafen. Am Flughafen trifft Anna einen freundlichen Mann. Der Mann heißt Klaus. Klaus arbeitet am Flughafen. Er hilft Anna. Anna sagt Hallo, mein Name ist Anna. Ich reise nach Deutschland. Er hilft Anna. Anna sagt Hallo, mein Name ist Anna. Ich reise nach Deutschland. Er hilft Anna. Anna sagt Hallo, mein Name ist Anna. Ich reise nach Deutschland. Klaus sagt Herzlich willkommen. Hier ist dein Ticket. Anna freut sich. Sie geht zum Flugzeug. Klaus sagt Herzlich willkommen. Hier ist dein Ticket. Anna freut sich. Anna freut sich. Sie geht zum Flugzeug. Klaus sagt Herzlich willkommen. Hier ist dein Ticket. Anna freut sich. Sie geht zum Flugzeug. Im Flugzeug schaut Anna aus dem Fenster. Sie sieht Wolken und Häuser. Im Flugzeug schaut Anna aus dem Fenster. Sie sieht Wolken und Häuser. Im Flugzeug schaut Anna aus dem Fenster. Sie sieht Wolken und Häuser. Nach einigen Stunden landet das Flugzeug in Deutschland. Nach einigen Stunden landet das Flugzeug in Deutschland. In Deutschland trifft Anna einen netten Taxifahrer. Der Taxifahrer heißt Michael. Michael bringt Anna zu ihrem Hotel. In Deutschland trifft Anna einen netten Taxifahrer. der Taxifahrer heißt Michael. Michael bringt Anna zu ihrem Hotel. In Deutschland trifft Anna einen netten Taxifahrer. Der Taxifahrer heißt Michael. Michael bringt Anna zu ihrem Hotel. Sie besucht das Brandenburger Tor und den Berliner Zoo. Anna erkundet die Stadt. Sie besucht das Brandenburger Tor und den Berliner Zoo. Anna erkundet die Stadt. Sie besucht das Brandenburger Tor und den Berliner Zoo. Anna mag die Tiere im Zoo. Eines Tages lernt Anna einen Mann namens Hans kennen. Anna mag die Tiere im Zoo. Eines Tages lernt Anna einen Mann namens Hans kennen. Hans ist Deutscher. Er spricht langsam, damit Anna ihn verstehen kann. Hans ist Deutscher. Er spricht langsam, damit Anna ihn verstehen kann. Hans zeigt Anna die deutsche Sprache. Er sagt guten Tag und auf Wiedersehen. Hans zeigt Anna die deutsche Sprache. Er sagt guten Tag und auf Wiedersehen. Anna übt die Wörter. Anna bleibt eine Woche in Deutschland. Sie isst Brezeln und trinkt viel Wasser. Anna findet Deutschland schön. Sie isst Brezeln und trinkt viel Wasser. Anna findet Deutschland schön. Sie isst Brezeln und trinkt viel Wasser. Anna findet Deutschland schön. Nach einer Woche sagt Anna auf Wiedersehen, Deutschland. Nach einer Woche sagt Anna auf Wiedersehen, Deutschland. Anna kehrt nach Hause zurück. Sie denkt an die Reise und die neuen Freunde in Deutschland. Anna kehrt nach Hause zurück. Sie denkt an die Reise und die neuen Freunde in Deutschland. Das war die Geschichte von Anna und ihrer Reise nach Deutschland. Das war die Geschichte von Anna und ihrer Reise nach Deutschland. Das war die Geschichte von Anna und ihrer Reise nach Deutschland. να auftauchen. Die Skillshare ist Paul und eine Ruhe nach Deutschland. Vielen Dank.